einen wunderschönen guten morgen mittag oder abend je nachdem wann ihr das drittletzte türchen seht in dieses video ja dieses video ist wahrscheinlich ganz im sinne der zwei denn nach diesem türchen haben wir nur noch zwei bis der adventskalender 2023 endet wenn ich laber praktisch aus ja und wir haben den 22 sind also mit drei mal die zwei beim drittletzten türchen was erwartet uns feines und zwar haben wir einmal von explode eine flotte biene ein brummer dann haben wir einen stroboskop effekt einen disco blitzer wir haben wieder einen joystick von leslie der einmal nicht funktioniert hat einmal wohl und aller guten dinge sind drei würde ich sagen und deswegen ist er wieder mit dabei genauso habe ich mir das nämlich gedacht nein habe ich nicht und wir haben die silberfontäne von funke dem aushängeschild wenn es um feuer weg geht um gutes feuer weg wir fangen aber klein an und zwar mit dem brummer von explode oder der biene nennt es wie ihr wollt kreise macht er genau ihr werdet es jetzt hören viel schwarz damit ein bisschen weit nah dran aber egal ja das hätte ich nicht besser synchronisieren können so jetzt augen zu werde ich euch ein bisschen die augen verblitzen viel spaß stroboskop effekt disco blitzer ich sage euch eins mal selber also ich selber kann da nicht reingucken das ist wirklich so hell es liegt wohl am magnesium war ja ich denke auch so dann haben wir den joystick von leslie der boden ist weich genug die frostzeit ist vorbei und euch viel spaß mit dem joystick von leslie und jolt ihr das auch ja ihr joilt das richtig war ja auch ein joystick mensch so das war der vorletzte artikel bevor es zur elite geht und zwar dem der silberfontäne von funke viel spaß wir haben eine nemm von ja spontan 7,5 gramm full nemm was f1 fontänen und vulkaner angeht soweit ich weiß korrigiert mich wenn ich falsch liege aber ich bin der profi ich weiß das irgendein schlauer kommentar kommt bestimmt gleich na gut silberfontäne funke ich habe kurz den baum rüber geschwenkt um euch die höhe zu zeigen die ist nämlich echt brutal ja obwohl das türchen im sinne der zwei steht habe ich gar nichts zweideutiges gesagt das war ein blöder abschluss ich weiß so das war türchen nummer 22 ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann schreibt mir ein nettes kommentar like das video gerne oben links könnt ihr abonnieren wenn ihr es noch nicht getan habt schon wieder falsch rum hier könnt ihr abonnieren wenn ihr es nicht getan habt hier wird euch ein video vorgeschlagen das ihr vielleicht noch nicht gesehen habt und dann würde ich sagen sehen wir uns morgen bei türchen nummer 23 dem vorletzten und ihr schaltet jetzt bitte ab bis zum nächsten Mal